Bekommt die US-Notenbank Fed so ein bisschen Angst vor der eigenen Courage? Vieles deutet darauf hin, dass sie selbst jetzt ein bisschen nervös wird, angesichts vor allem der Dollarstärke, angesichts der Entwicklungen an vielen Märkten, dass sie so ein bisschen beginnt schon, die Dinge ein klein wenig zurückzudrehen. Hat man das Gefühl? Für die Märkte derzeit ja sehr wichtig irgendwie die Frage, naja, was passiert denn jetzt im Juli mit den Zinsanhebungen? Nun wird es 100 Basispunkte, also 1% oder 0,75% und gestern Auftritte von zwei Notenbankern aus der Fed, die gesagt haben, nein, 0,75 wird es sein, wohl nicht 100 Basispunkte, das hat die Märkte zunächst mal beruhigt. Aber interessante Aussagen kommen vor allem von einem dieser Notenbanker, nämlich James Bullard, der eigentlich unter Donald Trump noch das dorfischste Mitglied war, immer gesagt hat, wir müssen die Zinsen möglichst auf 0 anheben seit, hier dem Regierungswechsel, seit Biden an der Macht ist, ist Ballard plötzlich ganz anders gelagert und war der horkischste aller Fed-Mitglieder und der hat sich gestern sehr interessant geäußert. Und dazu kommen wir gleich. Zunächst mal, ich hatte gestern ja das Video gemacht, Fed macht dollarstark, Dollar crasht die Weltwirtschaft. Der Stress im System ist riesig und das ist auch an der Fed offenkundig nicht vorbeigegangen, dieser Stress. Deswegen, James Bullard ebenso wie Wallard gestern gesagt, nein, die Märkte sind so ein bisschen zu weit gelaufen in ihrer Erwartung, dass wir jetzt 100 Basispunkte machen, 75 Basispunkte sei angemessen, jetzt bei der bald anstehenden Sitzung im Juli. Und vor allem, was interessant war auch, dass Wallard verwiesen hat auf die US-Immobiliendaten und eben auf die Einzelhandelsumsätze, die heute kommen werden. Auch dazu gleich mehr. Auf jeden Fall sehen wir, dass dann die Rate-Hike-Expectations, die Erwartungen eben für Zinsanhebungen, die deutlich gestiegen waren nach den doch viel höher als erwarteten CPI-Daten, Inflationsdaten, dass die deutlich runtergekommen sind. Und vor allem nach den Aussagen dann auch von James Bullard. Aber was Bullard gestern gesagt hat, lässt wirklich aufhorchen. Denn er hat gesagt, also erstens bin ich dafür, dass wir jetzt hier nur 75 Basispunkte die Zinsen anheben. Und zweitens sagt er, sind wir jetzt schon relativ nahe mit dieser Zinsanhebungen an der sogenannten neutralen Rate. Also einen Zinssatz, der weder die Wirtschaft bremst noch irgendwie stimuliert. Also das ist indirekt so ein bisschen die Botschaft. Bald haben wir vielleicht sogar schon fertig mit den Zinsanhebungen. Und dann hat er gesagt, ja, ich habe immer gesagt, dass wir bis 3,5% Zinsen dann gehen werden Ende des Jahres, um die Inflation nach unten zu bringen. Und dann sagte er, a lot of that's already priced into the markets. Das ist, da ist schon viel eingepreist in die Märkte. So we've already got the market pricing we need. Das war ja immer das, was der ehemalige Fed, New York Fed-Chef gesagt hat, Dudley. Wir brauchen die Kooperation der Märkte. Wir brauchen fallende Märkte. Wir brauchen steigende Renditen zwischenzeitlich. Damit sozusagen die Financial Conditions sich deutlich strafen. Und durch den Abverkauf sind diese Financial Conditions deutlich gestraft. Also er sagt damit praktisch, die Märkte sind uns schon entgegengekommen, haben uns ein Stück Arbeit abgenommen. Und wenn wir jetzt nochmal die Zinsen um 0,75% anheben, dann sind wir schon praktisch sehr nahe an der neutralen Rate. Und dann gucken wir mal. Heißt nicht, dass dann keine Zinsanhebungen mehr kommen. Aber es ist doch erstaunlich, dass das horkischste Mitglied der Fed jetzt plötzlich so runterdimmt, jetzt plötzlich so diese Zinserwartungen runterholen will. Und das liegt wahrscheinlich eben auch an dem Stress, der im System ist. Und dazu kommt noch, dass die Fed, wenn sie so weitermacht, ziemlich signifikante Verluste produzieren wird. Sie wird Geld verlieren. Das muss dann der Steuerzahler bezahlen. Entweder geht das dann durch die Druckerpresse, dass also die Fed selber das Geld erdruckt, um das zu bezahlen. Das wäre inflationär. Oder man gibt Anleihen aus. Auch das würde die Geldmenge erhöhen. Und der Grund dafür ist, wie Bill Dudley gesagt hat, oder klargemacht hat, dass eben die Fed dann den Banken, eben wie es wörtlich hier heißt, also die Fed muss dann praktisch eben auf die Bankreservenzinsen zahlen. Und je höher die Zinsen steigen, desto höher der Betrag, den sie da bezahlen muss. Und damit macht sie ein Verlustgeschäft, das, wie gesagt, geht in den Staatshaushalt negativ ein. Und dürfte dann, wie ein Artikel bei Bloomberg zeigt, irgendwann auch die Diskussion lostreten. Ja, was ist denn jetzt mit diesen Zinsanhebungen? Denn dadurch entstehen ja noch weitere Verluste jenseits der Verluste, die in einer Wirtschaft entstehen, die so derartig schuldengehebelt ist mit Gesamtschulden von 91 Billionen Dollar. Und dann noch Aussagen etwa eines ehemaligen New York Fed Mitarbeiters, Mark Carbana, der jetzt bei der Bank of America arbeitet. Und der gesagt hat, ja, die Fed muss früher als gedacht oder deutlich früher als die Märkte wahrscheinlich erwarten, die Bilanzsummenreduzierung einstellen. Das hat den Märkten durchaus geholfen. Wir sehen, es ging ja an der Wall Street zunächst mal doch ziemlich deutlich nach unten, vor allem nachdem die Erzeugerpreise gestern ja veröffentlicht worden waren. Und dann ging es im Grunde nur noch nach oben bis zum Handelsende. Und ein entscheidender Punkt ist jetzt eben der Dollarindex, der bei 139 an die obere Trendkanalbegrenzung herangelaufen ist, da erst mal abgeprallt ist. Doesn't get cleaner than this, wie Sven Hendricks sagt, charttechnisch extrem sauber wieder, was da passiert ist. Jedenfalls, wenn Sie mal schauen, wie weit der Dollarindex aus dem Bollinger Band raus ist, das sind diese dunkelgraue Wolke sozusagen, dann sieht man, wie stark doch der Dollar inzwischen überreizt ist auf der Oberseite, zumindest im kurzen Zeitfenster. Und dazu muss man jetzt wissen, dass derzeit die Korrelation, die negative Korrelation zwischen dem Dollar und dem S&P 500 bei 90% liegt. Das heißt, es ist fast spiegelbildlich verkehrt. Geht der Dollar rauf, geht der US-Leitindex S&P 500 runter und umgekehrt. Dementsprechend wäre also ein etwas schwächerer Dollar sehr wahrscheinlich sehr, sehr gut für die Aktienmärkte. Wir hatten vorhin die Aussagen von Waller gehört, der sagte, ich schaue mir die Einzelhandelsumsätze an und die kommen heute 14.30. Das wird sehr, sehr wichtig sein, denn wie ist der Konsument gestimmt in den USA? Entscheidende Frage eigentlich mit. Und wir sehen, die Bank of America denkt, das wird deutlich schwächer als die Konsenserwartung, die bei der Headline-Zahl bei 0,9 liegt. Bank of America sagte 0,5%. Ex-Auto und Gas sogar bei minus 0,1%. Und jetzt muss man ja bei dieser Zahl, die nominal berichtet wird, ja eigentlich die Inflation oder müsste die Inflation abziehen. Das heißt, allein durch die Preissteigerungen dürften die Umsätze ja per se schon mal steigen, weil eben die Preise schlichtweg gestiegen sind. Wir sehen aber zum Beispiel bei den Kreditkartenumsätzen, die die Banken ja haben, wie etwa die Bank of America hier, dass 2022 doch die Dinge ziemlich schlecht gelaufen sind. Zum 4. Juli hin steigen meistens die Umsätze, weil die Leute ja da diesen Unabhängigkeitstag in den USA feiern. Dann geht es immer zurück. Aber wir sehen, dass jetzt hier dunkelgrün ist, der 2022, dass das nicht besonders toll gelaufen ist. Und das registrieren natürlich auch Banken. Wir hatten gestern ja Aussagen nach den Zahlen von JP Morgan durch Jamie Dimon. Und hier mal ein Vergleich. Gestern hat er praktisch gesagt, es ist alles ziemlich mies jetzt in der Wirtschaft, wie CNBC berichtet. Und unten sehen wir, dass er noch im Januar die beste Wirtschaft in Dekaden gesehen hat, in Jahrzehnten gesehen hat. Also innerhalb von einem halben Jahr hat sich das komplett gedreht, von beste Wirtschaft aller Zeiten sozusagen in jetzt. Es ist ziemlich düster, was da passiert. Gestern hat JP Morgan auch deutlich unter Druck nach den Zahlen. Und wichtig, heute 16 Uhr auch die Erstveröffentlichung der Daten der Uni Michigan. Die Verbraucherstimmung der Uni Michigan ja auf einem Allzeittief bei 50. Hat es so noch nicht gegeben. Wird das sich noch weiter verschlechtern oder ein bisschen auffällen. Wichtig aber vor allem die Inflationserwartungen. Denn Paul hat direkt gesagt, der Fed-Chef hat direkt gesagt, ja wir haben uns angeschaut eben die Inflationserwartungen bei dem Survey of Consumers Uni Michigan. Und das ist für ihn entscheidend gewesen. Bei der letzten Veröffentlichung, respektive der zweiten Veröffentlichung, für die Vormonatszahlen war es so, dass da die Inflationserwartung nur bei 3,1% lag, bei 5,1% lag, 3,1% lag, jetzt für die kürzerfristige Inflation runter von 3,3%. Das hat die Märkte ein bisschen dann wieder nach oben gehievt, weil man sich sagt, naja, diese Inflationserwartungen sind sehr wichtig für die Fed. Und wenn die doch nicht so hoch sind, dann hat das was zu sagen. Wir bekommen Zahlen heute von BlackRock, von Citigroup, von Wells Fargo, von United Health, ein Schwergewicht im Dow Jones, der ja sehr merkwürdig konstruiert ist, wie Sie wissen wahrscheinlich. Und BlackRock wird jetzt eben auch das Hovering-Programm, also das Anstellungsprogramm deutlich runterfahren. All das spricht dafür, dass diese Situation am Arbeitsmarkt jetzt ihren Hochpunkt schon überschritten hat. Wir haben ja Google-Aussagen gehört, Microsoft-Aussagen gehört. Wir sehen das im Start-Up-Tech-Bereich, massiv Stellen wegfallen etc. Also das ist jetzt der Hochpunkt gewesen. Die Firmen werden vorsichtiger, weil sie eben sagen, der Ausblick ist hier unsicher, da könnte eine Rezession kommen. Da werde ich jetzt erstmal ein bisschen die Füße stillhalten. Wie schaut es an den Märkten aus? Die Banken sind gestern sehr schlecht gelaufen, die Finanzwerte eben nach den Zahlen von JP Morgan, aber auch Morgan Stanley. 1,9% im Minus. Dagegen war es sehr stark. Dann Consumer Staples Utilities, also defensive Sektoren da mit vorne, aber auch Consumer Discretionary, eigentlich ein offensiver Sektor. Hier oben sehen wir mal den S&P 500 in Gestalt des SPY, also des maßgeblichen ETF. Da sind wir aus dieser Wedge rausgefallen und versuchen jetzt wieder reinzukommen. Wenn das gelingt, dann haben die Bullen ein bisschen ein besseres Setup, aber es muss eben auch gelingen. Wie gesagt, die Fed beginnt jetzt schon ein bisschen zurückzurudern, weil man sieht, was auf dem Spiel steht. Und weil man dann sozusagen schon die Ausrede hat, ja, die Märkte haben doch schon viel für uns gearbeitet. Das passt ja alles wunderbar und wir sehen, dass die Investoren so ein bisschen dieses Spiel mitspielen. Was vorher Energie war, was super gelaufen ist, ist jetzt Tech. Tech läuft deutlich besser. Da haben viele offenkundig, wie JP Morgan sagt, ihre Energiepositionen glattgestellt. Auch Energiewerte ja wie Rohstoffe zuletzt deutlich gefallen und sind jetzt in Tech gegangen. Deswegen, der Nasdaq hat sich zuletzt besser entwickelt. Jetzt kommen wir nochmal nach China. Hier haben wir ziemliche miese Daten, Industrieproduktion, Retail Sales, die etwas weniger schlecht ausgefallen waren als erwartet. Aber wichtig ist, dass praktisch die Wirtschaft in China im Vergleich zum Vorjahresquartal geschrumpft ist mit minus 2,6 Prozent. Kein Wunder, wenn ich die Lockdowns mache. Wir sehen, die New Home Prices sind gefallen wieder um minus 0,1 Prozent. Wir sehen, dass die Immobilienverkäufe um 23,4 Prozent gefallen sind. Und die Statistikbehörde in China sagt, wir haben hier ziemlichen Downward Pressure. Der sei increased substantially im zweiten Quartal. Also der Abwärtsdruck hat massiv zugenommen, heißt es. Bloomberg titelt hier China's economy expanded at slowest pace since Wuhan outbreak. Also es ist natürlich so, dass diese Maßnahmen, die von Xi Jinping vor allem durchgesetzt worden sind, dass man bei jedem Fall sofort den Lockdown ausruft, sozusagen, dass das wirtschaftliche Schäden nach sich zieht. Und China hat jetzt ein richtiges Problem. Hier sehen wir mal die schwache Dynamik. Hier Einzelhandelsumsätze, Industrieproduktion, Property Investment und und und. Alles geht nach unten. Und vor allem sehen wir jetzt, dass auch die Banken in China Schwierigkeiten haben. Ich hatte gestern gesagt, dass China einen Dollarmangel hat. Das ist eines der großen Themen. Aber man hat eben vor allem auch Themen mit seiner Immobilienblase. Zumal sich immer mehr Menschen weigern, da ihre Mortgage Rates, ihre monatlichen Raten zu zahlen. Und da gibt es richtig Stress. Da gibt es Demonstrationen. Da gibt es dann Prügel durch die Polizei. Teilweise die Leute sind verzweifelt. Die Hauspreise fallen. Die haben sich ein Haus gekauft. Können sich das jetzt möglicherweise nicht mehr leisten. Beziehungsweise der Immobilienentwickler ist pleite, dem sie das Geld gegeben haben. Also das könnte durchaus sehr, sehr starke Folgewirkungen haben. Und jetzt kommt dazu, dass China natürlich versucht, jetzt wieder Stimulus zu machen, Infrastruktur zu bauen, Brücken etc. Das Ganze geht über Finanzvehikel, die aus den chinesischen Provinzregierungen dann emittiert werden. Oder solche Finanzvehikel, die die Provinzregierungen eben ausgeben, Anleihen ausgeben. Und ca. 30% dieser Provinzregierungen, der Provinzen in China sind in massiven finanziellen Schwierigkeiten, sind total überschuldet. Also China hat ein Riesenthema und kann das kaum mehr kaschieren. Auch wir haben ein Thema. Die Deutsche Bank hat jetzt gesagt, also die deutsche Wirtschaft ist jetzt auf dem Weg in eine Rezession. Ja, das glaube ich auch. Das ist ja kaum zu vermeiden, eigentlich angesichts der Entwicklungen. Und die EZB hat jetzt ein Riesenthema mit dem gestrigen Rücktritt auch noch von Mario Draghi. Wir haben also die Fed-Rate-Hikes, die Anhebungen der Zinsen durch die Fed. Wir haben eine völlig unklare Lage. Wie schaut es denn jetzt aus mit der Energie? Wir haben die italienische Politik, der Bondmarkt in Italien, Messi. Also sozusagen in Aufruhr nach dem Rücktritt von Draghi. Upside Inflation Risks haben wir auch, eben aufgrund der Energiepreise. Downside Growth Risk. Also Abwärtsrisiken für das Wachstum. Die EZB ist in einer ziemlich prekären Lage, muss man sagen. Das sieht auch übrigens Bert Flossbach. So, ich werde Ihnen unter das Video dann noch ein hochinteressantes Interview mit ihm verlinken, wo er so ein bisschen die allgemeine Lage derzeit diskutiert und sagt, die EZB ist eigentlich die einzige Bank, die einzige große Notenbank oder die erste große Notenbank, die an den Punkt kommt, wo klar ist, dass sie die Inflation nicht durch Zinsanhebungen bekämpfen kann. Wie gesagt, unter dem Video habe ich jetzt hier leider nicht als Schaubild, aber vielleicht noch zwei Anmerkungen hierzu und der ganzen Energiethematik. Russland wird sicherlich, wenn überhaupt noch liefern, dann sehr reduziert liefern. Erstens ist man Monopolist und schafft es damit, wie Olivier Blanchard sagt, eben die Nachfrage trotzdem noch am Laufen zu halten, wenn man immer weniger liefert. Sie wissen ja, Europa versucht ja krampfhaft von dem russischen Gas wegzukommen. Und dazu kommt noch eben, wie er sagt, dass Russland für sein Gas ja Euros und Dollars bezahlt, aber aufgrund der Sanktionen durch die EU und durch die Amerikaner eben mit diesen Euros und mit diesen Dollars praktisch nichts anfangen kann. Dementsprechend sind wir da in dieser verzwickten Situation. Dazu kommt jetzt in Europa noch die klimatischen Bedingungen, massive Hitze in Südeuropa. Wir sehen, dass eben wir Angst haben, jetzt vor dem Winter, aber auch der Sommer derzeit extrem ungünstig. Es sich entwickelt, weil die hohen Temperaturen etwa dazu führen, dass der Rhein in Frankreich und andere Flüsse praktisch zu warm sind, zu niedrige Wasserstände haben, dadurch die Kühlung der Atomkraftwerke nicht gelingen kann. Spanien und Portugal mit Hitzerekorden. Mit dem Rhein dann zum Beispiel können bestimmte Transporte nicht mehr gemacht werden, wenn die Wassertiefe nicht ausreichend ist. In Italien die Trockenheit, die dazu führt, dass praktisch in Norditalien die Gasplans nicht mehr wirklich funktionieren können. Also die Gasproduktion dann praktisch auch nicht mehr funktioniert. Also es ist wirklich eine Melange aus sehr ungünstigen Faktoren, die derzeit hier zusammenkommt. Und haben die Bären jetzt das Tauziehen für sich entschieden. Beim DAX ein Artikel, den ich Ihnen unter dem Video verlinke. Dazu, wie gesagt, das Interview mit Bert Flossbach, was bringt das nach Inflation, ist der Titel. Da wird praktisch die Frage gestellt, wie in den 1970er Jahren. Da hatte man ja auch eine himmelhohe Inflation. Und dann fragte man immer, naja, wie viel ist denn das nach Inflation? Also man hat praktisch die Inflation immer gleich mitgedacht. Und hier der DAX-Ausblick, der zweite Artikel. Und wenn Sie es noch nicht gelesen haben, Russland mit Andeutungen zur Zukunft von Nord Stream 1, haben wir nochmal ein bisschen ergänzt diesen Artikel, der darauf hindeutet, dass Russland darauf besteht, dass die westlichen Sanktionen zurückgenommen werden, damit sie durch Nord Stream 1 wieder Gas liefern. Und das wird eine ziemlich schwierige Geschichte werden. Also drei Artikel unter dem Video. Jetzt sage ich erstmal Servus und Ciao. 14.30 Uhr die Einzellandesumsätze und 16 Uhr University of Michigan. Das werden die entscheidenden Zahlen. Da mal reinschauen bei Finanzmarktwelt. Wir bringen auch die Bank Earnings von Citi und der Wells Fargo. Also ich sage Servus und Ciao. Empfehlen Sie das Video, empfehlen Sie die Artikel. Ciao, Servus.